Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dino-Sys Survival. Ja, wie man sieht, ich bin jetzt in diesem Forschungslabor drin. Kann allerdings immer noch keine Waffen aufnehmen, was ein bisschen scheiße ist. Und ja, wir versuchen jetzt dieses Gerät zu suchen. In der Hoffnung, dass wir es auch finden. Aber das kann nicht sein. Irgendwas habe ich gemacht. Irgendwas habe ich gemacht, dass ich das nicht mehr aufnehmen kann. Ähm, dann machen wir das so. Wir, äh, hallo? Ich kann hier drinnen nicht speichern. Schön. Dann werde ich das in der nächsten Folge mal nachgucken, warum ich hier nichts mehr aufnehmen kann. Weil hier gibt es halt wirklich guten Loot. Und wenn ich hier nicht mal speichern kann, ist das scheiße. Ähm, rausgehen möchte ich jetzt auch nicht wirklich. Also versuchen wir es in der Situation jetzt hier noch so weit zu bringen. Oder so weit. Ach, du Scheiße. Oh, da hat man jetzt gerade eben nochmal wirklich Schwein gehabt. Aber irgendwas ist hier drinnen los. Die Sicht verschwimmt immer wieder. So, Fleisch ist voll. Aber das bringt mir nicht wirklich was. Was sind die Dinosaur-Embryos? Alles klar! Alles klar! Ich will mehr Munition aufnehmen! Warum sammle ich eigentlich immer noch das Fleisch, wenn ich komplett voll bin? Oh! Oh, ich kann ein Feuer machen! Man staune! So, da ich jetzt hier das Feuer machen kann, mache ich einen kurzen Cut und werde mal schauen, warum ich nichts mehr aufnehmen kann. Bis gleich! So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Ich weiß leider immer noch nicht, woran es liegt. Wie auch immer. Ähm... Ja... Irgendwie ist jetzt die Anzeige mit dem Fleisch und dem Lagerfeuer verschwunden. Gucken, ob ich jetzt aufheben kann. Äh... Hier lag nichts. Bei dem lag auch nichts. Irgendwo lagen doch Waffen rum. Egal, wir werden schon wieder was finden, ne? Ja... Ja, hier sind noch mehr Embryos. Was? Schön. Äh... Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. So, machen wir das einfach mal ganz kurz so. Ah, da bist du. Ah, da bist du. Kann ich eine Nachricht nehmen? Er war richtig. Er hat gar nicht aus dem Lager leben. Oh! Da ist der Luftsensor! Okay, wir haben auf jeden Fall das gefunden, was wir brauchen. Was mich ein bisschen ankotzt, ist wirklich die Anzeige jetzt an der Seite. Ich hab das Spiel jetzt einfach mal neu gestartet. Was? Das Spiel ist ja total verbuggt. Ihr habt das gehört? Der... Nice. Dieses Funkgerät, äh, was in irgendeiner Folge kam, das Funkgerätgespräch. Ja, das ist wieder hier gerade aufgetaucht. Keine Ahnung, was mit dem Spiel los ist. Es ist halt noch total verbuggt. Aber wir werden das Labor jetzt wieder verlassen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und so wie ich die Spieleentwickler kenne, erwartet uns jetzt hier oben bestimmt gleich irgendwas Gruseliges. So. Kann ich immer noch nicht aufnehmen. Gut, dann... Verlassen wir das Labor. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Und ich hoffe, dass dann dieses... Soundgedöns so wieder weg ist. Oh Gott, du Arschloch! Oh Gott, du Arschloch! Ich bin immer noch... Ey! Dieses Arschloch hat mich jetzt so zu Tode erschreckt! Jetzt bin ich gespannt, kann ich hier die Waffen einsammeln oder nicht? Wo war denn das? Hier! Geht nicht! Schade! Ich sehe auch nicht die Tastenbelegung. Wir können ja mal ganz kurz... Ach ne, stopp! Sonst fange ich ja wieder da drinnen an. Ja, wir kennen den Ausgang schon. Ähm, wir werden auch gleich mal speichern. Dann... Jetzt muss man ja hier hinten lang. So, dann machen wir mal ganz kurz ein Lagerfeuer. So... Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Tastenbelegung an. Es wird gleich richtig laut werden, es tut mir leid. Option, Steuerung... Äh, ich hätte das gerne auf Deutsch. Es ist auf Deutsch. Jump, Run, So, Reload. Pickup, Waffen, Equip, Waffen. Tab. Campfire, IS... Das war's? Das war's? Okay... Wieso kann ich dann keine Munition mehr aufnehmen? Ich bin doch gar nicht voll. Ich bin doch gar nicht voll. Warum? Naja... Entweder ist das ab hier ein Bug oder so gewollt. Keine Ahnung. Wir schauen erstmal wie es weitergeht. Die Neuen. Die Neuen. Da habe ich noch mal ein umgenietet. Der zweite ist down. so so, dann holen wir uns jetzt erstmal ganz kurz das Fleisch von denen wenn das nie wieder so rumbacken würde aber ich ahne jetzt schon Schlimmes okay, gelootet haben wir jetzt geht's weiter wir müssen an dem Ankylo vorbei aber ich denke mal, das sollte ein leichtes sein beim Traktor wird's bestimmt nichts geben ne, da gibt's nichts so, was uns allerdings jetzt hinter diesem Abschnitt erwartet mit nach den Raptoren das erfahren wir in der nächsten Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video bis dann bleibt entspannt auf den nächsten Tag und bye bye